Intro 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 Hallo und willkommen zu einem anderen Video Minecraft Archive Fig der 5. Folge genau mit dem Flo der hier gerade steht Jo mei Ich muss immer Pfff Ich wollte dich auch schießen Baum wieder scharf Jetzt ist die Frage Beide waren gescheht Jetzt die Frage was für ein Schaf hat Magenta Wolle drauf gehabt Bitte Bitte sag das war das Schaf Bitte Flo Bitte Findet safe irgendwo unten Ja 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 Da oben ist die Kiste übrigens Warte mal Mir fällt gerade auf Light Stained Light Stained Light Stained Clay Ey das ist das da Ja das ist da oben da oder Light Grey Hardened Clay Light Grey Hardened Clay Doch was ist das Was ist das Ja und White Wo ist White Ja hier auch Ich füge es ein okay Lol Ja ich füge es ein Ich füge es ein Ja ja füge es ein Oh lol Flo komm mal hoch Die Pilzku Lol Hühnchen Hast du Hast du Dings Und Hunde Hühnchen Der Hunde ist böse Nein der Schaf Der Schaf ist tot Hä Ja das war ein Fehl von uns GG Schau mal die Kuh Schau mal die Kuh an Schau komm Nicht gehen nicht gehen nicht gehen Ja die fahr jetzt Nein Warum Warte mal Ich dachte das ist dein Hund Da hast du dein Hund Nein Zähmen oder Ja ja da hast du dein Hund Ja könnte ich Babys Äh 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 Ein Babyhund kriegen Ja das geht eh Aber warte mal Lass mich machen Ah ich mach Steak Ja ich hab ich Steak Ja gib mal äh Knochen her Knochen Alright Wo ist der zweite Hund jetzt wieder Die Pilzko regt mich irgendwie auf Ja wo ist der zweite Hund jetzt hin Ah da ist er Was haben wir noch für ein Chiefman jetzt Warte mal jetzt kann ich den sämen Und warte ich muss ihn aufsetzen So easy peasy Leute Oh Oh jetzt wieder ein Pilzko Ja doch ich hab ein Babyhund Ich probier was okay Ich fahr am Wizardsgeld Köpfe Apropos genau äh Ja genau auch das Du meinst jetzt ein Ghast Spawner Weil es gibt ein Quest Ghast äh abschießt mit eigenem Feuerball Ja ich hab ein Ghast Spawner äh Habst du doch ein Babyschaf Ist äh Loll Flo Brown Dings Was für ein Babyschaf Creeper 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 Kill den Hunde Kill den Nein die Hunde geh nicht drauf Okay Julian komm in der da Ich brauch dich Ich mach grad was Ich mach grad was sehr riskantes Okay Creep ist down Ich mach grad den Chess kurz umholen oder Nein 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 Julian komm ist ganz wichtig Ich komm Ich mach noch kurz die äh Deine Babyschafel sind im Nether Was Ich glaub doch das Magenta auch Magenta Warte mal Oh oh Wichtige Mission Oh lol ist das Splash auf Und das andere Wir müssen es reinbringen Oh oh Nein nicht reinbringen warte Noch nicht reinbringen Noch nicht reinbringen Kannst du stairs craften Kannst du Stiegen craften Ah no nicht noch nicht Ich muss von den Hunden schützen Ich hab kein Ich hab noch die Team craften Warte 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 Ich muss die Hunde zuerst runterbringen Dann springen die wieder oben Ja stimmt Sekunde Eins geht Eins ist drin Oh oh Warte kurz Warte kurz hunde alles da Hunde alles da Babyhund sitz 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 Wo ist der dritte Hund Oh oh Ein Hund fehlt Okay passt einfach auf Ich sperre das Schaf ein Warte 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 Ist schon drinnen Ja das ist schon reingerauft Irgendwie Flo Ich hab's nicht reingeschubst Es war leider reingegangen Okay mein Hund ist da Huh Okay ich hab ihn niedrig gesetzt Okay ich hab die zweite geht auch rein Warte Alles ist safe Alles ist safe grad Ich schiebs rein Kommt an Sag's mir Ja es ist da Es ist da es ist da Es muss wieder raus Es kommt wieder zurück Es kommt wieder zurück Was? Warte Ich hab 2 Pod Ah jetzt Jetzt ist es da Jetzt ist es da Warte ich mach kurz ein Käfig So 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 Sekunde Ich hab Witherkopf bekommen Sekunde War ein kleines Käfig Schafe kommt her Oh mei Oh mei Oh mei Scharf Bisschen scharf Ach da oben ist der Gas Spanner Die cool ganze Die ganze Dings So hier ist noch mein Mein Brownsteen Kleer Was ich nachher brauche Aber ich kann es schaffen So Oh lol Nice Return to the Sender Nice Return to the Österreich Return Return Jo mei Ich hab alles fertig im Nether Hast noch Holz Ich mach zur Sicherheit Im Nether zu Mag ich jetzt noch gleich holen So Jetzt kann der Nether nix mehr ran Scharf 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 ganze Zeit Ich will das da reinbringen Einsperren aber Es funktioniert nicht Junge Weiß was Weiß was Soll ich jetzt den Wither spawnen Ne Nicht doch Spawn doch nicht den Wither Ich sterbe instant Ich hab's mal probiert Unten Damals Damals wo ich noch jung war Okay die End Oh doh mois Doh boys wo ich noch jung war Hey Jo mois Ende ist aber eigentlich glaub ich relativ easy Weil ähm Hey wir haben Wir haben Wir brauchen nur noch den Sniper Duell Wir müssen ein Schwein schauen Irgendwo in der Mine Hat ich safe was geöffnet Dings brown Brownstained Clay hab ich noch gell Ja dann mach Das hat man noch gehabt Brownstained was ist das Lime stained Grün Brometer Brown Das ist okay 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 Pass auf irgendwas passiert Oh Nice 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 Was passiert Bitte sag nicht wieder Wölfe Alles nur keine Wölfe Kühle Es sind unten jetzt neue äh Kistenfrau Kühle Flo Ich hab ne Kiste gefunden Ne neuer Heißt das heißt Schleimbelle Und ne chest blade Kühle 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 Dings wir sperren wieder ein Wir brauchen irgendwie Kleine Löcher im Boden Das wir wieder einsperren So warte Ich hab ein Kaktus Hast du? Ja warte mal So Easy Jetzt muss die böse Kuder nochmal reingehen Ich hab Knochen obwohl ich kann eigentlich So machen Ja Alles diese komische Weißt du doch diese Karnisation Das ist brutal verwirrend Yeah So ein richtiges Labyrinth schon Ja Da ist noch richtig viele äh Kisten versteckt einfach im Boden Oh oh Wo ist die zweite Kuh Da ist die Kuh Das Ding ist wir könnten jetzt äh Kühe melken und damit Eigentlich Kann man mit Milch machen Nein Brauchst du nur für den Kuchen Hast du das stimmt Oh mein Gott wir bauen noch vier Quests oder so Für die Kiste hier Böse Kuh geht doch endlich rein Nein jetzt rein sie weg Jetzt ist sie baden gegangen Woher kriegen wir denn Ender Perl Äh Ender Augen Ender Augen Wir kriegen äh äh Mit Blaze Rods und Ender Äh Ender Ex Äh nicht Ender Ex Ender Dings So ich Silberfisch Spawn abbauen Ne warte Du brauchst äh Ender Augen und Blaze Rods Wo ist das zweite Hündchen 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 Wir brauchen eins Eine brauchen wir Put 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 So kommt auch her Braves Hündchen Ich bin wieder überlichtet So Die Kamera ist nämlich bissl Ich habe eine Ochse Eine Daisy gefunden Bauen wir dir? Ne Ochse eine Daisy Der Ochse Hörjumai die Daisy Die Daisy und den Donald Duck Der Donald Duck Der Daisy Der Daisy Die Daisy und der Donald Duck Böse Schafe Die Schafe Ich habe ein Block hochbaut Und die wollen Insta raus So wir haben jetzt alles eng gesperrt Wir haben Kühe Komm mal runter Komm mal runter Ich habe ein Secret Aber komm nicht runter mit ähm Mit der Leiter Ein Baum ist gewachsen gell? Weil ich muss jetzt erstmal die Chests da oben looten Schön mal So Ey das ist doch geil Ist ein Labyrinth Wirklich? Warte mal Ich muss die Chests mal looten da oben Eine Sekunde Hast du beides White Stink Ja alles auch schon eingefügt Ja oder? Hier ist die Map drinnen Gravel Goldene Karte Eine Karte Eine Karte? Was bringt sich eine Karte? Ist das ein Schiefern Oder soll ich die Karte machen? Bringt sich einfach gar nichts Ist einfach unnötig Unnötig Ich stelle mich mal in die Mitte Auf den Quarzblock Und Ich stelle mich da so nicht mal hin Ok jetzt haben wir die Karte Wieso soll ich einfach hier rumschauen? Warte mal da vorne Ist da oben eigentlich auch irgendwas? Ich schau mal Warst du da oben bei dem kleinen Spitzel schon mal oben? Da wo du das Board hast? Ich brauche mich da mal hoch So Ich habe Keimnis Komm mal Sekunde mal Oh soll ich machen? Ne 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 warte kurz Ich baue da kurz nämlich Oh hier ist auch der Chess Throw Ich habe Schild Ich muss ein bisschen was reinlegen Irgendwas So Pfeile wieder Und ein Seed Ein normales Seed Ist hier noch irgendwas? Oder Ist Holz Oder hier sind Choco Beans Hier sind auch Choco Beans Hier sind auch Choco Beans Wenn du noch brauchst Ich baue aber keine mehr Weil ich jetzt gerade gefunden habe Dann haben wir aber drei oder? Zum Färben Drei Ja Aber wir haben schon braun Loli ist ein Seed Ist wieder Ist wieder Erde Hier kann man was anpflanzen Ist noch irgendwas? Habe ich auch schon Komm jetzt runter Ja Eine Sekunde Ich habe mich Ich habe mich nur noch Graben Ich muss noch schnell anlagern Alles gut So ich brauche mal Choco Beans Ich brauche mal Choco Beans Das ist Magenta Wolle Und kein Clay Wir brauchen noch die Farbe Ja Weil wir craften Magenta einfach mit Rot Und mit Dings Wie er es Rot Also Lapis und rote Farbe Wir haben ein Poppy drin In der Kiste Craft auch einfach Lol Okay warte mal drei Sekunde Äh Ich lage erstmal hier komplett alles ein Rot Eine Poppy Ich habe auch eine Poppy noch im Moment Ha Poppy Karapopi Bommi 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 Ähm, hast du noch eben Kohle drinnen? Darum spät sich das wieder. So, ähm. Aber mir ist irgendwo eine Hexe. Hexen sind unnötig. Ich hab schon richtig viele gekillt. So, äh, was brauchen wir noch? Irgendwas? Item Frame? Komm zu mir! Leder, chill, Barman! Also stimmt. Ich muss die Öffnung des Dungeons einfach selber. Da ist ein Schwein drin. Ein Schwein? Stimmt, ein Schwein brauchen wir auch noch. Wir müssen irgendwas mit dem Schwein machen. Irgendwas war da. Äh, ich hab einen Sattel sogar mit. Ich könnte das machen, aber du musst runterkommen. Sekunde. Ich mach kurz Farben. So. Ich bau jetzt einfach gleich. Äh, ich bau noch Magenta. Ich bau noch eine Bopi. Mr. Bopi, Bopi. Hier ist Bopi. Jetzt beme ich einfach. Ah, wo ist was? John, da war so ein Dings. Ich weiß nicht, aber da ist ein Schwein drin. Warte, warte, warte. Nicht ein Schwein killen! Bopi, Bopi. Das ist ein Schwein. Und ein Chest. Bopi, Bopi. Oh, Bopi. Äh, Schere und Bommel. Aber das ist eigentlich unnötig. Bopi, Bopi. Lass das Schwein nicht wegrennen. Hast du Licht? Schau mal, da ist die Dings. Ich könnte die Quest machen. Nicht, dass das Schwein runterfällt. Ach so. Das meinst du. Lass mich die Quest. Na, aber du musst mich schieben einfach, warte. Oder willst du machen? Geh du drauf? Warte. Glaubst du, ich sterbe nie, oder? Schiebe, schiebe, schiebe. Okay, okay, mach, mach, mach. Jetzt musst du schieben. Nein, Flo. Nein, das ist Lava, aber das zählt nicht. Ha. Das ist Schwein, doch. Stimmt, ich brauche eine Karotte und sowas. Dann könnte ich es selber machen, eigentlich. Und eine Angel. Dann brauchst du nicht. All ein Cape packt übelst rum. Wirklich? Das ist ein Schwein. Ja, ich merke es. Lo, mein Cape. Nein! Ich brauche jetzt zugleich. Boah, ich bin runterflogen. Oh, nur eins. Ne, warte mal, was? Wo bin ich? Ich glaube, dein Schwein ist einfach dumm. Ich brauche hinten zu. Ich brauche einfach hinten zu. Nein! Nein! Sterbe, wo bin ich? Du hast unten drunter durchgekommen. Du hast unten drunter durchgekommen. Wir müssen uns irgendwie runterwerfen, warte. Ich brauche mich einfach runter. Komm, sonst schaust du. Nein, nicht drunter. Okay, aber ich glaube, jetzt ist safe gleich tot. Das riebe ich mal nach hinten. Und ich dachte, ich kann es nicht schieben. Das geht nicht, warte mal. Au! Jetzt ist gar nicht geil, warte. Au. Au, ich sterbe. Ich sterbe wirklich gleich, literally. Ich sterbe. Ja, dann geh runter, geh runter, warte. Und steig auf ganz am Ende. Au, quals, steig auf. Ja, ja. Mach, mach, mach. Nein, schwimmen einfach. Jetzt. Nein! Zuck, zuck mal! Zuck mal! Nein! Bitte, bitte! Wie schwer kann das sein? Bitte, Flo. Pointen zu wieder. Ich balle mir hier wirklich. So, ich mach jetzt was da. Jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg, jetzt weg. Nein, das kann doch nicht, das kann nicht, das kann nicht, Hilfe, wie kannst du das machen, jetzt geht drauf, geht drauf, jetzt bitte, 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 ich glaube du stirbst doch nicht, ich kann es nicht schieben, ich kann es nicht schieben, ich kann das durchschauen, au, 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 bitte, von hinten auch wieder zu, jetzt, spring doch auf, bitte, das Wasser muss weg, jetzt, 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 ich kann es nicht schieben, hau es, hau es, es stirbt safe, dann drehst du wieder weg, du hast mich, au, au, ich probiere was, okay, es könnte, es könnte, ihr glaubt, es steht auch, wenn es in der Minecraft ist, Nee, ich glaube nicht, du doch, warte kurz, warte kurz, au, ich flieg, nein, doch nicht, ich stehe nicht drauf, nein, das ist im Wasser, nein, okay, warte, ich glaube, es zählt trotzdem, wenn du es runterfällt, creeper, man hinter dir, warte, ich habe eine Idee, was, wenn ich über den Boden und die abbaue, Oh, creeper, man, das sollte auch ziehen, oder? Ja, man muss unten zuerst anfangen, nach einem letzten Block ganz unten bauen, die Quest ist so anstrengend, habe ich auch eine Wette dabei, Ich glaube, wenn meine, meine Items in die Lava fallen, ich sag's dir, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es geht, sicher, ich habe auch Diers gefunden, okay, äh, das ist doch Dschungel-Dings, ist doch richtig, richtig, ich habe es, 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 so, jetzt muss ich nur abbauen, okay, warte, einfach abbauen, einfach abbauen, sicher, dass ich noch nicht sterbe, ich mache, ich mache, ich mache, warte, Ja, mach, 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 ich baut zu, wir schaffen, dass wir schaffen, dass wir schaffen, dass wir schaffen, das, Nein, nicht auf deiner Blöcke, nicht auf deiner Blöcke, deine Blöcke weg, und dann ist es zubauen, Oh nein, oh nein, ey, das ist, das soll jetzt zu 100% echt klappen, Ja, nice, beim Pixfly, äh, tippe mich, alles, ja, nice, jetzt sind sie nur irgendwie hochkommen, Okay, warte, wo ist die Leiter, oh oh, da ist die Leiter, Skelett-O-Mann-Kick-Gerauf, Oh, ich wäre fast gestorben gerade, äh, kannst du hochgehen, warte, ja, boi, ja, boi, Glaubst du, das ist irgendwas oben, hier ist doch ein, Dings, Enderman, Enderman-O-Man, Ich sag's, warte, hier ist ein Kaktus, hier ist ein Kaktus, hier ist ein Kaktus bei mir, Ich habe schon, ich habe schon Kaktus, ich habe schon die drei grünen Dinger, Oh, Leute, okay, nice, das heißt, wir brauchen mehr, mehr grüne Dinger, gell, Müssen abpflanzen, okay, ich habe eine Enderperle, eine Enderperle, oh man, Ja, wir können, wir können das End, äh, tippe mich, Oh, da, klar, ne, Juli, so, wir sehen jetzt oben hier, also, ähm, oh, ich bin unsichtbar, Irgendwie, äh, Leute, schau mal, ich bin unsichtbar, bin ich mit dir auch unsichtbar? Wo bist du? Hier oben, ich bin unsichtbar, haha, Bin dir auch? Wo bist du? Ganz oben, Wie ganz oben? Bei unserer Base, Ah, jetzt bin ich wieder normal, okay, Leute, Ach da, Leute, jetzt ist meine Kür auch noch, Ich zeig dir mal was, Ja, boy, Ey, was will ich dir, ah, Was will ich dir einfach werfen? Nein, dann tippe ich es, Ha, Spaß, ich habe noch eine, Oh, okay, äh, wir brauchen noch Popis, Äh, ist das Popis? Popi, Popi, Und, und, Leute, wir kriegen pink, wir kriegen, da kriegen wir pink, Wie krieg ich? Das heißt, so, das heißt, ich habe jetzt zwei Dings, Ich kann jetzt zwei, äh, Da schenke ich dir, äh, Das ist auch noch ein Popi, Popi, Ja, wir können jetzt eigentlich theoretisch, Warte, Richtig viel schon, Ich habe Kaktus auch noch, Äh, Dings, Ich habe hier einen Kuchen abrissen, Wir können Kaktus anbauen, Stimmt, Das ist unser Ab, Egal, mir die Leiter, Äh, Dings, Sattel habe ich auch noch, gell? Ja, du musst, Das ist erst, du, so, Hat der Sattel dropped? Äh, Ja, sicher, So, jetzt schmelzt hier, Haben wir noch irgendwo, äh, Kohle drinnen? Da ist auch Kohle, Wir brauchen noch einen Kaktus eigentlich, Oder hast du noch drei Kakteen? Ich habe da schon gekraftet, Ja, aber wir brauchen auch noch, ähm, Einen hellgrünen, Du Depp, Habe ich auch schon, Du Depp, Ich habe schon Bommel, Oh, Okay, Okay, Das haben wir jetzt, Hast du noch, äh, Ah, na, da ist noch Haden, Okay, Wir haben fast alle, Ja, ich, ich, Ich komme gleich mit Pink, Magenta, Wir können jetzt alles geschaften, Ich komme gleich mit Purple, Purple, Magenta, Ich glaube Pink und Purple, Ich glaube Purple ist Magenta, Oder? Bitte sag ich ja, Hä, brauchen wir, Oh nur, es gibt noch mehr, Es gibt noch Special, Magenta, Wir waren Block, Gold Block, Was? Emerald Block, Oh mein Gott, Ich habe ihn so oft an Emerald, Und vorbeigelaufen, Ähm, Purple ist nichts, Wir haben neun Emeralds, Wirklich? Pink, Ja, sehe ich gerade, Dings, Purple ist nicht Magenta, Ja, Du bist doch Depp, Du musst Pink und Magenta zusammen machen, Dann kriegst du, Pink und Purple zusammen machen, Dann kriegst du Magenta, Ah, Ich brauche nochmal, äh, Klee, Oh mein Gott, Julian, Wir brauchen drei Emerald-Blöcke, Was? Man, es reicht gerade für zwei, Was haben wir hier noch? Boah, drei Diamant-Blöcke, Was? Wie? Okay Flo, Hast du noch Harden-Clay irgendwo? Aber Gold habe ich noch, Vom Gold ab vielleicht, Hast du noch normalen Harden-Clay, Hier ist ein Schweine hier zu oben, Flo, Was? Ich habe eine, Ich habe eine, Ich habe eine Fire-Spec, Und Fortune Gold-Spielzucker gekriegt, Und Slime-Blöcke, Fortune ist gut, Wir brauchen das, Wir brauchen das, Wir brauchen das, Komm jetzt, Zeig, Du warst, 100 Cent, Stimmt, Wir können jetzt ganz runterspringen mit der, Mit Slime-Blöcke, Ich habe XP-Bottles gekriegt, Ist das ein Dings? XP-Bottles, Okay, komm jetzt, Komm jetzt, Komm jetzt, Was brauchen wir jetzt, Weil, Da ist Dings drin, Und Fortune Dings, Schau mal, Was ich gerade alles gekriegt habe, Schau mal, Und Slime-Blöcke auch noch, Aber in Ender Auge, Wir brauchen jetzt noch Harden-Clay, Ich glaube, Wir müssen nicht alle Tiefen machen, Sonst kriegen wir das nicht, Oder? Wir brauchen Harden-Clay noch, Flo, Ich habe Harden-Clay, Hast du Harden-Clay? Ach, Harden-Clay bei euch, Harden-Clay, Oh, Ein Gehärteter-Lehm, So, warte, Wie viel brauchst du? So, Alles für dich habe, Nice, Äh, Craft-N-Table, Craft-N-Table, Ich gehe runter, Melon ist gewachsen, By the way, Ein Gehärteter-Lehm-Block, Okay, Ja, Unter-Lehm-Block, Jumai, Dann kriege ich sie, Servus, Was brauchen wir noch? Ähm, Magenta-Dings, Hey, Lord, Hier ist die Geheimnis, So, Ähm, Was tut das? Was ist Geheimnis? Du kommst schon weg? Überall Geheimnis, Lord, Dings, Äh, Magenta habe ich, Also stimmt doll, Hier kommt Magenta hin, Ja, Da macht den zusammen mit Gehärteter im Leben, Lord, Wir haben jetzt alle, Bis auf das Block of Diamonds, Ich habe mir die Errüstung gecraftet, Mit deinen Tiers, Wirklich? Ja, Ich will es auch sagen, Das war es für die Folge, Würde ich sagen, War eigentlich, Lord, Ich habe, Ich habe Dings gekriegt, Äh, 8 Regeneration Potions, Für 15 Regeneration, Zwei und das Lingering Potions, Das heißt, Der Effekt bleibt kurz, Ja, Okay, Dann würde ich sagen, Äh, Lasst ein Like und ein Abo drauf, Für mehr Minecraft Käfig, Und kommentiert unbedingt irgendwelche Tipps, Oder so, Weil ihr irgendwas wisst, Was ihr hier verbessern könnt, Der Schwein schaut mich hier hinten an, Das, äh, Dings, Die Pilzkuh, Weiter noch mit der Achterbahn, Wie gesagt, Lasst ein Like und ein Abo da, Und checkt, Oh, Rechts oben beim I aus, The Creeper, Oh man, Und, Ciao,